Es rennt auch ein Spieler über die Wiese. Allein ist das ein Grashalm. Aber in der Militärphase war jemand, in der Militärphase war jemand. Das ist bestimmt noch ein Röhrenkanse, ne? Da rennt auch ein Spieler über die Wiese. Ne, das ist ein Grashalm. Alle halten die Schnauze. Ja, da. Siehst du es auf der Freifläche? Ja, aber ich stelle mich eben kurz hinter dich und gucke, ob ich überhaupt... Ich habe tatsächlich ein Fernglas, aber ich glaube heute nicht. So! Direkt untere linke Ecke, wo der grüne Turm ist. Der Kleene. Da an der Wand sind gerade zwei Leute rumgeruseln. Siehst du jetzt das Gefängnis? Ja, äh, links davon. Da, vor dem Gefängnis, rennt auch noch rum. Ja, wir sehen. Da noch einer links an der Mauer. Äh, schlecht. Knifften in der Hand. Ich weiß nicht, was sie die ganze Zeit da machen. Entweder suchen sie jetzt immer, äh, äh, Minutentakt mäßig Loot. Hm. Dass das da immer ein neues Wort oder so. Gucke, da rennt der nächste. Hm. Die rennt die Baracken und das alles ab. Dann gehen sie wieder da rein. Dann kommen sie wieder raus. Dann wuseln sie da wieder rum. Ja, jetzt rennen sie zu dritt. Ja. Jetzt rennen sie wieder rein. Und rein. Und so geht das die ganze Zeit. Müssen wir hingehen und fragen, was jeder macht. Hahahaha. Hingehen und tragen. Hier in der Raum nicht. Hallo. Hi. Ja, klar. Ich komme. Ich komme. Komm mal nicht ganz schnell. Okay. Okay. So, Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. An die Mauer. An die Mauer. Um die Ecke. In die Ecke und... Denk daran nach, hast du schlecht gemacht da. Komm, wir können nicht sicher sein. Komm ich. Alles gut. Ich habe aber nichts, was ihr gebrauchen könntet, denke ich. Okay. Wenn du eine Sache aufgehst, bist du groß. Ähm, du machst dich bitte die Hände runter und drückst dann ganz gut komplett. Und danach machst du die Hände wieder durch. Okay. Okay. Okay, jetzt kriegst du alles. Oh. Wo soll ich denn das alles hinlegen? Alter, hier liegt ja schon so viel. Alles hinlegen bitte. Ja. Wir können nicht sicher sein. Sorry. Wir können nicht sicher sein. Ja, wir verkaufen den Sachen irgendwie. Reinen die von dir? Die, die überfallen mich gerade. Ja. Nehme mich komplett auseinander. Ich muss alles ablegen. Dann werden sie dich erschießen Ich bin hier allein, ja Was soll ich jetzt machen, zur Wand gucken Merkt ihr unseren Namen, wir sind Daisy Bastard Verbreite unsere Message Wen? Und auch eure Message Ich kooperiere doch Daisy Bastard Ja, aber du sollst trotzdem unsere Message verbreiten, dass wir vor keinem Angst haben Okay Darf ich denn jetzt hier wieder raus? Habt ihr meinen Loot jetzt genommen, oder was soll jetzt laufen? Ja, warte, warte Wie viel, wie viel hast du Hunger? Du hast Carcoultabs, ne? Die vergiften mich gerade Ja, ich hab Carcoultabs Ihr füttert mir jetzt da gerade nicht ernsthaft rohes Fleisch, oder? Nein Die Frage ist, ob sie dich gehen lassen Lassen sie mich nicht Dich stückst du dich So, vertraut Das ist, das ist schönes Lamm, Gebab Und Kalam, das ist Kalam Jetzt, jetzt folgst du mir bitte Jetzt folgst du mir bitte Ihr Soll ich folg? Wir versprechen dir, wir lassen dich leben Wir versprechen dir, wir lassen dich leben Was danach, wenn wir dich nicht nur sehen, dann können wir nicht garantieren Aber wir versprechen dir, wir lassen dich leben, solange nur hier drin sind Ich frage mich, wo die Kollegin ist, der ist draußen im Lieben, der eine Okay Ich frage mal, ob die das den ganzen Tag machen, ob die das schön finden, dann wollen wir abzukämpfen Alles gut Darf ich jetzt hier raussehen, oder? Nein Warte So Draußen rennt man auch noch rum Ich hab, ich hab, an deinem T-Shirt war ein Filzchen und da stand Ui Was soll das? Ach Ja, das ist noch uralt Alles gut, ich hab den Namen noch nicht geändert Ach, uralt, okay Ich glaub, draußen rennt ein Frischling, oder bist du, dass der da weg rennt? Nee So, mein Freund So Jetzt sind wir noch einen wunderschönen Tag Ich öffne dir jetzt die Tür, dann nimmt die Dann läuft die 20 Meter gerade aus Ich hab mich auch in Richtung Stadt gelaufen Und eine Sache noch bitte, lass dich nicht überschreien, okay? Jetzt Pass immer auf dich auf und lass dich nicht überschreien Hey, mich erschießt gleich einer Ein Sniper wahrscheinlich So, kannst du fliehen? Ja, haben mich getötet, die Wichser Die haben mich getötet Wenn du draußen jemanden siehst, knall ab! Ja, ja Ich guck hier gerade Ah, die sind in der Deckung gegangen Oh, was ein paar Spacken Die haben, die sagen, die kommen zu dir angerannt Und sagen, äh, wir werden angeblich gerade beschossen vom Sniperberg Von irgendeinem Sniper Hm Und das stimmt aber nicht, damit locken sie dich in dieses scheiß Gefängnis rein Schade, dass man keine Granate dabei hat jetzt, ne? Reingehen Und bevor du droppst, schmeißt du die Granate in dem Gefängnis Versteckst du dich jetzt, oder? Lässt dich wieder die Fang nehmen Weiß ich noch nicht Den Dialog könntest ich ihn erwische, das wär geil Oh, die Stadt ist so uneinsichtig Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll Jetzt bin ich im grünen Haus gegenüber Hey Hey Hier draußen rennt einer rum Und tut so, als ob er nicht zu denen gehört, glaub ich Oh Boah Die IZH 18 Rifle Liegt hier auch noch Weiß nicht, wo du bist, das ist das Problem Mann, in dem roten, in dem Backsteinhaus Gegenüber der Police Genau nah dran Ja, ich kann hier bloß durch dieses kleine Loch gucken hier Am Dings Und da seh ich nun mal nicht viel Was er sagt, gar nichts Was er sagt, gar nichts Hat doch auf deinen Dings nicht geantwortet, oder was? Doch, er hat auch Hey gesagt Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll Hm? Wo soll ich jetzt hin? Vielleicht ist denn die Police entfernt Vielleicht ist denn die Police entfernt Vielleicht ist denn die Police entfernt Hörst du gerade, oder was? Hörst du gerade, oder was? Dann ist das vielleicht den Kunden Ja, einer, einer, einer trinkt jetzt hier gerade am Brunnen Komm, wo ich die scheiß Police sehe, ey Hättet ihr ruhig offen lassen können Ich muss hier auch wieder raus Na halt hier hinten Was? Hör ruhig Dann ist das manchmal Ich möchte er auch wieder los Oh nein Ich muss hier unten Und dann gehe ich damit Ich komme Und dann aber Ich glaube Ich bin unten 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 Mal Ich bin unten Ich bin oben Und dann die wenn es zu mir hinterher schon wieder tut dir leid ich kann die sachen hier ablegen und könnte gucken ob er was wollte davon aber ansonsten haben sie satt überfall warte mal ob das dir ernst ja aber ansonsten bringt es doch eh nichts wozu sollte ich dann jetzt extra irgendwo anders hinlaufen um meine sachen abzulegen ich lege wieder meine sachen ab ich sehe die polis wo seid ihr krieg ich denn jetzt wenigstens meinen alten kram wieder sag mal dass das noch wer in der polis drin ist der ist voll equippt wenn ihr jemanden ausnehmen wollt dann würde ich an eurer stelle immer in die polis gehen da ist voll equippt da rumgelaufen eben aber mein kleines scheiß werdet ihr wohl nicht gebrauchen können hier tja würde da selber looten gehen würde das auch finden kann ich jetzt den scheiß langsam mal wieder anziehen oder was so ein bisschen mir wird kalt danke sag mir mal wo du steckst so auf der hauptstraße oder was nein rechts vom von der polis wenn ich jetzt vom links aus gucke von der schule so ich bin aufs schuldach ja ja ich weiß ich kann es nicht sagen ich seid jetzt fertig ja 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 ich habe denen das mit der polis gesagt ja ich glaube die checken das ja ja dann war fertig und dann hole ich sie da weg ja bleib stehen und guck am auto komm ey er bleibt nicht stehen fuck komm er bleibt nicht ruhig stehen man ich kann keinen schuss setzen ich hätte ihn selbst so gerne aufgeben rötzeln die kleine rötter scheiße ich bin dran ja ja die haben mich gefunden wo denn wo denn wo denn wo denn bei dem großen dings oh drei leute bei dem großen dings ja bei der großen scheune stand ich hier und habe steine gesucht scheiße jetzt haben sie mich jetzt werde ich getaped ich weiß nicht mal wo die große scheune ist aber man kann sich glaube ich äh raus wickeln äh drei leute hängen hier große scheune von wo denn ja hab ich ja schon mal erklärt von der tankstelle aus geradeaus weiterlaufen außen auf der rechten seite der stadt piere sind hier achso achja dann ist die tankstelle ja quer von mir ja die klauen wir jetzt gerade alles 5 wie spricht man nochmal mit k ne mit dem mit dem pfeil nach unten wie viel seid denn ihr hier sag mal brennt ja mal mehr eins zwei drei vier fünf sechs sieben leute sieben leute jetzt fasst sich natürlich alle voll alle voll ausgestattet ich komm grad mitten auf die tanke zu gelaufen da ist die scheune ich sehe es ja hier liege ich hier vorne die wuseln die alle rum wie bitte wenn die dich fragen ob ich dazu gehöre sagst du ja ich verstehe sie nicht mein kumpel looted kannst du sagen der regen ist so laut ich verstehe sie nicht hallo hallo wo rennt ihr hin hallo ja jetzt liege ich hier rum oder was und kann nichts machen doch warte mal wer macht doch gerade was gemacht hier du kannst dich aus diesen scheiß fesseln auch wieder befreien irgendwie und die wuseln doch hier rum ja ja ich renne jetzt auch gerade ja aber die haben dich wahrscheinlich schon ausgemacht denn die rennen hier mal hin und weg ich renne zu der dunklen scheune zu der braunen nicht die helle weißt du nicht die die ganz oben steht die große ich steht einzeln mit kannst du die fesseln ausprobieren äh was für ein kollege ja du sollst sagen dass ich dein kollege bin ja der looted da hinten ja wenn der ja doch alter ich laber ja was hat er doch schon zweimal ja das weiß er was weiß er dass sie sich im visier haben du sollst hier herkommen in die scheune was er ist schon auf dem weg er findet die scheune nicht wo ich bin ja die große scheune soll zu hinkommen äh da bin ich so drin oder nicht oder in welcher scheine nein die ganz große ich stehe einzeln so am berghang bin ich blöd erfindest du nicht wo ich bin ich bin ich hab's ihm versucht zu erklären wo das ist ja halt die fresse hier ist eine große braune scheune da ist aber keiner drin so ne doppelte ja wo du dann drinnen lang hochlaufen kannst ja 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 äh ich hab so ne helle wo ich drinnen dann hochlaufen kann ja na wie viele scheunen gibts denn hier warte mal ich guck mal eben schnell auf dem web das die erschießen dich gleich und mich dann auch wenn du nicht herkommst ja wo denn hin ich weiß nicht wohin man die sehen mich die sehen dass ich bei der tank hier ich renne zu dieser großen halle jetzt hier außerhalb der stadt nicht in der mitte ich bin jetzt schießen sie schießen die auf dich? nein die auf dich wahrscheinlich oder damit du weißt wo du hinkommen sollst achso ja dann sag denen ich höre die schüsse ich versuch mal den ja die wuseln hier überall im wald rum alter ich hab denen gesagt dass du nicht weißt wo ich bin hier ist die tankstelle hier ist die tankstelle achso ich bin etwas weiter anders gelaufen hallo alter er hat mich erschossen einer hat wohl da drin gesessen ich bin auch tot bin auch tot es rennt doch ein Spieler über die Wiese das ist ein Grashalm aber in der Militär aber es war jemand in der Militär aber es war jemand was bestimmt noch ein Röhren kann sein ne da rät auch ein Spieler über die Wiese ne es ist ein Grashalm Alter halt doch die Schnauze also ja sorry isst lieber Popcorn man und jetzt wird die Schichtscheife Asgard ein bisschen vorrücken und dann die Tannen sichern Phil hast du gehört? was? Spieler in in Prisoner also ja in Prisoner habe ich sie auch gesehen ok also die Tannen direkt links neben der Scheune habe ich jetzt gecleared da ist keiner drin ich bin schon weiter vorgerückt ich bin kurz vor der Scheune ja ich auch einer läuft jetzt zur Scheune von euch ja das bin ich ich sehe dich Till ich laufe den Hügel nochmal hoch und gucke hier oben im Wald Scheune schaut... wer sind die Scheune ran? Asgard? Asgard schau mal raus ja ich mache jetzt ein Roleplay mit denen ja ich bin alleine rauben da steht der Baum vor in welchem Haus ist denn er? in dem grünen in dem grünen sind die schon drin? ich glaube schon weil er sagt ich soll für das Treppenhaus gehen Diablo siehst du da das linke Haus das grüne um der Ecke? bitte bitte geht aus dem Haus da sind die jetzt gerade ok komm mit mir rücken ein bisschen vor start mal leise wie bitte? ne dann mute dich man wir müssen uns hier besprechen dann kriegen wir aber keine Infos mehr komm schneller komm schneller her Diablo komm zu mir nein ich bin da aber nicht nach vorne ich bin hinter dir in dem braun das lag halt bei mir ja jetzt tierisch soll ich irgendwo hinkommen? einer von denen ist rausgegangen das lässt jetzt von dir es sind 10 Leute Leute und ich soll den Ungewaffen dazu raus unterkommen nein ich brauche langsam Unterstützung nee keiner los du bist der Anführer sag was wir machen pass mal auf gib mir mal einer kurzen Pose wo ich hinkommen soll ich bin noch in dem Waldstück hinten ich habe noch das Problem ist wenn du da runter gehst sie sehen dich jetzt oh scheiße du musst auf die rechten Seite von dir ganz rechts und gegenüber bei der Schule hinten runter rennen die Stadt kommen ok mach ich bei dir ist unten links mein grünes Haus hm so ich bin jetzt also ich kann aufs grüne Haus gucken ich bin in dem bist du mitten auf dem Feld? Leute ich habe gesagt ich bin alleine theoretisch da rennt jemand mitten auf dem Feld hinter uns rennt? ich hocke in dem Busch ja da ist jemand hinter uns mitten auf dem Feld hinterm grünen Haus ja er rennt da gerade den Berg lang runter Richtung grünes Haus ist da gerade einer lang gesprintet? hä? ja 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 der kommt jetzt zum grünen Haus ja ich seh ihn ich seh ihn ja wir wollen mich stürmen wahrscheinlich ich im shaking fuck Bartok du musst du einfach was sagen wahrscheinlich was soll loben? seid ihr noch da? ey was wir machen sollen ja was sollen wir machen wenn das pvp noch nicht eröffnet ist können wir gar nichts machen aber wird er nicht bedroht? doch er bedroht aber jo bleibt unten ich habe keine kollegen ich bin ein alleine gänger ja die haben bestimmt mehrere gesehen wer spricht jetzt da so tief Junge? mein Stimmenverzerrer also für mich überfallen die den Graben das ist das pvp eröffnet ja Unique frag mal ob das ein Überfall werden soll oder ob das ein Überfall ist ja wenn sie ihn bedrängen ich frag sie mal Unique also sie haben gesagt ich soll mich ergeben oder ich werde erschossen ah das ist ein Überfall das ist ein Überfall jo sind die alle bei dir vorm Haus? ok ja die meisten nicht ich werde jetzt die Hände hochheben ich werde nein dann bist du tot ja ich weiß aber was macht irgendwas ja warte wir machen was ja warte kurz kniegt mich jetzt ran wartet kurz noch ja ich habe meine Schnürsenkel nicht zugebunden sonst hat es mich auf den Mund einfach schießen damit die nervös werden schießt man aufs Haus oder so ja warte das krieg ich gut hin Bartok du stehst vorne neben den einen Haus ne? ich bin am Pianohaus an der Tür oh Schuss 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 wer hat geschossen? was soll das? einer von uns einer von uns ich weiß aber Roleplay Roleplay er spricht doch mit denen ich hab gedacht keine Schüsse Junge ich bin allein hier unterwegs ja nicht Diggel aber kein Scheiß ich glaube es war hinten die kommen Asgard hilf mir mal bitte Asgard ich komme zu dir ich bin ja auch an der Straße da läuft gerade einer rüber zum ich bin der der gerade drüber gelaufen ist die haben abgestoßen die Leute ja das ist er AKM wer war das mit der AKM? angetroffen haben ja ich will nicht wir haben keine AKM oh ich wurde getroffen facken facken live ah alter da schießt immer da durch ja alter what the fuck zwei sind fertig kannst du mich wiederbeleben schnell mit den EP oben hat jemand einen Schabanzzeug? hat jemand einen Schabanzzeug? Sniper Sniper kam von der anderen Seite vom Waldrand ok schussmäßig ja ich bin tot jetzt bin ich tot ich auch sag mal ist das Verbandzeug der hier noch unten ist? ne ich hab nur ein Rack aber ich bin ganz woanders Asgard bist du tot? also wir sitzen noch zwei im grünen Haus zwei hab ich mit der UNP weggeholt was zwei sind im grünen Haus noch? zwei sind mindestens noch im grünen Haus die waren locker zu fünft oder so dringend da unten war alles ok warte mal die am Leben sind nochmal bitte jetzt für die am Leben sind ruhig sein Asgard wo bist du ach Asgard bist du noch am Leben? ja ich blute aber ja dann geh ins Piano Haus schneid deine Armbinde kaputt oder so ich sitze an der Straße immer noch an dem Holzhaus ja ich bin vor dir bei den gelben gegenüber vom Piano soll dich zum Piano aufschließen? ja kannst du machen wo ist Asgard? kommst du jetzt zum Piano? ja du kannst oben ins Piano reingehen da ist keiner dringend gewesen von da hat keiner auf mich geschossen ich bin neben dir am Zaun ich komme ich komme auch mal durch die Dings gerannt und versuche mich zum Piano durchzuschlagen hast du Verbände? ne schneidet eure Rags äh Armbinden oder irgendwas klein ja schneidet eure Armbinden auf dem Messer kann man nicht ich hab keine Armbinde ich muss klein schneiden ich rück jetzt mal zum grünen Haus vor ich geh ins Piano Haus also ich hab Rags ich könnte rein theoretisch user left your channel warte ich hab was gefunden hier was wir klein schneiden können ich bin oben wer liegt hier unten? ja das bin ich das bin ich ok kann ich das können wir das klein schneiden? ne das sind ja wer braucht denn jetzt die Rags wo ist der? da gegenüber in dem Piano Haus ok ich renne hin oben? ich komm hoch ja auf der Treppe habe ich ok warte wir hatten eigentlich mit die ich leg dir hier die ich leg dir hier die Rags hin ja machen wir das oder? einer von denen die sind jetzt noch im grünen Haus oder was? ja ich geh grad vor ich brauch mal kurz die Ragskonzentration nicht zu nah an die Fensterscheiben gehen sonst glitschst du durch wenn wir jetzt auf dem Militär sind äh das Gefängnis ist auf die Tür ich glaub das hier noch mehr sind ich glaub das hier noch mehr sind ich bin die Tür zugeschlossen also ich hab nen Dietrich dabei wenn du sagst ich soll vorbeikommen komm ich da hin ja dann kommst du auch her Asgard kommst du auch her? ja ich bin jetzt hinter dem grünen Haus hinter den grünen? warte ich guck mal hinter den grünen du bist nicht bei uns ach komm jetzt wir müssen hinter Back noch mit die Waffe durch die Tür stecken und schießen so lange der läuft du schaut sicher ja wir brauchen den Dietrich dass wir das ausschließen können ja das ist verpackt also geh ich auf ich renne jetzt auf der Straße warte mal Dietrich oder Axt mit der Axt zweimal jenghauen dann ist es hoch offen es müsste auch mit nem Schuss gehen hab ich schon das ist verpackt die Jungs gesagt dass du nicht umsonst ich komme ich renne jetzt grad hinter das Haus hier sind alle um das Haus herum ok gut ob wir vielleicht mit denen reden und sagen die sollen sich ergeben und rauskommen warte mal ich rede mit ihnen ne wer rennt denn hier mitten auf der Straße rum ich weiß nicht ja im Gefängnis drüben können auch noch welche sein von denen ne ne im Gefängnis habe ich komplett durchgesucht da war keiner mhm das ist aufgeschossen aber noch nicht aufmachen ja ist offen ist offen ok dann geh weg der mit dem Motorradhelm mach mal auf die Tür oben sehe ich keinen hier unten liegt ne Leiche ja das ist Achtung Achtung wir werden beschossen ne jetzt bin ich ja ich schieße oben um abzulenken achso jetzt sollte einer von euch rushen die du unter die Treppe unter die Treppe liegen zwei Leichen ja das sind unsere Kollegen Till erschossen an unten hat Till zwei erschossen oben im Raum müssten welche sein noch und auf der Treppe der Raum ist links ne ja ja ok warte bleibt da jetzt unten an der Treppe zum rein so ein einschuss ja hier liegt nur Muni voll nicht die müssen mal weg einer muss mal weg ja sonst kann ich keine Deckung geben ja warte wer rennt hier bei uns wer ist da hier bei uns gerannt ich ich ok immer über Scheißsagen bitte wir sollten uns beinnt dass sie sich da oben auslocken das wäre ein langgrund schüsse schon wieder war ich wieder kannst du da vorher sagen Schuss oder sowas soll ich auch gehen ich habe noch volles Magazin ne ich habe auch noch volles Magazin irgendwer was eine schnelle Feuerrate hat AKU immer wieder kurz weg user left your channel lass mich mal vorbei hier gar nicht schieß jetzt das bin ich ich wolltest du Tür aufmachen ja mach mal auf ich hab beschossen von wo ich blute von geradeaus gerade Tür rein ich kann nicht durchreden einer ist tot und unconscious das rechts um der Ecke Pass auf hinter uns an der Treppe an der Treppe an der Treppe unten am Eingang ist da gut hast du das nice ist der oben tot du mach den oben nicht weg der ist oben rechts oben rechts an der Ecke sitzt er ich bin tot wach wach war wieder auf heilige Scheiße ich hab gedacht wer von uns renntet jetzt schon wieder hinter mir und will vorbei das ist ich bin tot ich bin tot Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020